Durch den Sommer habe ich mich bei Slim & More verwöhnen lassen. Und zwar wollte ich nicht unbedingt abnehmen, aber ich war nicht zufrieden mit meiner Hautbildung. Ihr wisst ja, ich mache extrem viel dafür, ich massiere, ich mache Sport. Und mit dem Alter oder allgemein mit der Haut, auch wenn man ein wenig abnäht tut, kommt sie manchmal nicht nahe oder das Gewebe ist immer noch schwach. Und ich wollte etwas etwas Tiefgehendes machen, damit ich alleine mit der Massasche nicht hinzubringen. Und da bei Slim & More habe ich zwei Methoden ausprobiert, die wirklich effektiv wirken tun. Und zwar haben wir ein Produkt, unsere Wickeltherapie, die Hauptmethode von uns, ist seit 1987. Und ist ein patentiertes Produkt, das eigentlich nur Slim & More in der Schweiz darf anwenden. Und das ist mit der Wärme, mit der Kälte. Ah, das heisst, die wickelst du drauf und dann wirkt es wieder warm oder kalt, je nachdem was es braucht. Genau, genau. Also kalt zum Abnehmen? Mit der Wärme lösen wir das Fettdepot, mit der Kälte verbrennendung, Stoffwechsel, Durchblutung anregen. Und das Volumen der Sandmitte reduzieren wir. Diese Maschine, was bewirkt sie? Endermolagie ist eigentlich weltweit sehr bekannt. Ja. Und wir selber arbeiten auch seit 14 Jahren mit der Endermolagie. Wichtig ist bei den Endermolagen, dass sie immer in Kombination sein. Mit der Endermolagie wird die Silluliten behandeln, lösen, verhärtigen, lösen. Also da wird die Silhouette modelliert, durch die Behandlung und da kommt alles dran. Also der ganze Rücken, die Arme, alles wo eigentlich die Depots da sind oder eben wo die Haut nicht schön aussehen. Also ich liebe es. Das Ding. Also ich habe ja schon gehört, dass die Leute bei vielen empfindlich sind. Ja, es zieht an der Haut, aber ich empfinde es als sehr sehr angenehm. So tief kann ich mit mir selber nicht massieren. Und auch eine Massage geht nicht so tief. Das tut ja richtig Wellen. Es ist wie eine Welle. Genau. Ein Vakuum, das die Haut rauf nimmt und so quasi Platz gibt oder frei gibt, damit die Toxine abgeschwemmt werden können, wo sonst mit einer normalen Massage nicht möglich ist. Ich bin da bei Slim & Moor richtig von Hopf bis Fuss eigentlich scannt worden, gemessen worden, fotografiert worden und das alles, damit man eigentlich, das kann am Schluss ja abmessen. Jetzt hast du da alles aufgeschrieben, was ich verloren habe oder zugelassen habe. Richtig. Genau. Wir nehmen dann immer am Anfang, da muss man messen, da gibt es viele Probleme zu. Dann machen wir eine ganze Körperbilder, dass wir das schön vergleichen können vorher und nachher. Und zwar, wir haben wirklich super Erfolg bei dir. Wir haben an dem Bauch, haben wir minus 6 cm reduziert. Wir haben an der Hüfte minus 8 cm reduziert. Und Oberschenkel haben wir beide je 4 und 4 cm reduziert. Und das haben wir geschafft innerhalb von 10 Behandlungen. 10 Behandlungen gewichtmässig habe ich eigentlich nicht viel verloren, das habe ich noch nicht wählen. Ich glaube 2 Kilo. Danke eigentlich dem Wickel. Aber... Genau, das ist richtig. Wir haben 2 Kilo. Aber dafür cm mässig. Richtig. Wir haben auch die Zelläute durchflutig anregen und eben auch die Zelläute immer wieder plagen. Jetzt bin ich voll eingepackt in meinen. Eigentlich nicht einmal so straff, aber was drin ist, das wirkt. Was ist es genau jetzt? Und zwar jetzt arbeiten wir mit der Kälte. Jetzt müssen wir die Körpertemperatur runter senken und den Körper muss sich selber wieder auffärmen können. Durch das braucht man Energie und die ganze Verbrennung anregen, um den Stoffwechsel und Volumen reduziert zu haben. 25 Minuten muss ich durchheben. Aber wenn man das macht, geht es nochmals mehr. Aber das Gute ist einfach, es ist alles Natur. 100 Prozent. Oder? Frieren quasi und dann verbrennen. Genau. Und auf der richtigen Stelle und dann lösen sich die Pölscher. Richtig. Wunderbar. Du siehst mich wieder in einem Monat, damit wir schön dranbleiben. Super. Freue ich mich. Für meine Silhouette. Ich danke dir vielmals. Danke dir. Merci. Und jetzt heisst es 10 Minuten durchbeissen, auf 10 beissen und die 25 Minuten durchstehen. Darf ich einen Tee haben, bitte? Sinken, ich sage live. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.